Kennen Sie das nicht auch? Sie benötigen ein neues Werkzeug, doch die Warenausgabe hat bereits geschlossen. Gäbe es doch eine Möglichkeit, bei der man einfach rund um die Uhr auf Werkzeuge und Betriebsmittel zugreifen könnte. Gibt es? Dank des intelligenten HAKAMAT ist es möglich, einfach und sicher 24 Stunden, sieben Tage die Woche an die erforderlichen Hilfsmittel und Betriebsstoffe zu gelangen. Die Anmeldung erfolgt zum Beispiel über RFID. Man findet das gewünschte Werkzeug über diverse Suchmöglichkeiten, wie zum Beispiel durch Eingabe der Artikelnummer, durch Auswahl anhand des Produktbildes oder durch Scannen des Barcodes. Unsere HAKAMAT-Ausgabesysteme sind für die Lagerung unterschiedlichster Werkzeuge und Hilfsmittel geeignet. Im Hintergrund laufen automatisierte Prozesse ab, welche bei der Verwaltung der Produktionsmaterialien helfen. Das entnommene Werkzeug wird einem Auftrag und der dazugehörigen Kostenstelle zugeordnet, so sorgt das System für die nötige Kostentransparenz. Über alle mobilen Endgeräte können Sie jederzeit und von überall auf Ihre Daten zugreifen. Denn Transparenz steht bei dem HAKAMAT an erster Stelle. Sowohl Auftragsbestätigung als auch Liefer-Avi werden per EDI-Schnittstelle übermittelt. So kann die Bestellung in Ihrem ERP-System hinterlegt werden und die nachgelagerten Prozesse können ohne manuellen Eingriff erfolgen. Das System bestellt automatisch nach. So stellen wir sicher, dass jederzeit genügend Werkzeuge in Ihrem HAKAMAT vorrätig sind. Die Nachlieferung lässt sich kinderleicht in Ihren HAKAMAT einlagern. Einfach scannen, Stückzahl angeben und den Artikel in das Fach legen. Der Warenbestand wird in Echtzeit mit dem Servicecenter synchronisiert. Auf Wunsch bieten wir Ihnen auch ein Rundum-Sorglos-Paket an. Die Vielzahl an Ausgabesystemen lässt sich untereinander individuell kombinieren. Damit ermöglichen wir die zentrale oder dezentrale Verwaltung sämtlicher Betriebsmittel und Hilfsstoffe. Unser Schubladenautomat HAKAMAT DR ist der Allrounder mit sehr gutem Preis-Leistungsverhältnis. Die Einfachheit und Robustheit des Systems verspricht Langlebigkeit und bietet eine Vielzahl an unterschiedlichen Lagerfächern, welche bei der Einteilung eine hohe Flexibilität erlauben. Unser Spiralautomat HAKAMAT HX ist die perfekte Lösung für Produkte mit einem hohen Durchsatz pro Stück. Zudem vereint er die einfache Entnahme auf Sicht sowie die hohe Sicherheit der Einzelausgabe. Unser Klappenautomat HAKAMAT FP bietet Ihnen direkten Zugriff auf Sicht bei gleichzeitig hoher Sicherheit durch die einzelne Ausgabe der Produkte. Er bietet großen Stauraum pro Lagerfach und dank der modularen Bauart zudem eine hohe Flexibilität. Deshalb können nahezu alle Hilfsmittel und Betriebsstoffe in diesem System gelagert werden. Unser Rotationsautomat HAKAMAT RT kombiniert die jeweiligen Vorteile aller Systeme. Er verspricht viele Lagerfächer und eine flexible Einteilung pro Ebene, welche jederzeit anpassbar ist. Darüber hinaus ist die bequeme Entnahme auf Sicht bei gleichbleibend hoher Sicherheit durch die Einzelausgabe möglich. Unsere Automaten benötigen keine Netzwerkanbindung. Somit sparen sie wertvolle IT-Ressourcen. Zudem ist es nicht notwendig, Fremdsysteme in Ihr Netzwerk einzubinden. Die Systeme werden Plug and Play geliefert und können einfach in Betrieb genommen werden. So bieten wir Ihnen die gewünschte Prozessoptimierung bei der Suche, Lagerung und Beschaffung Ihrer C-Teile. Fragen Sie noch heute an und überzeugen Sie sich von den intelligenten Ausgabesystemen von Hahn & Kolb.